Jo, meine Spielerfreunde, ist weg am Start hier mal wieder. Ich war leider ein bisschen inaktiv, weil ich richtig krank war, aber jetzt geht's schon wieder. Meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig, deswegen habe ich jetzt keine Voice-Over auf den Clips, weil ich mich auch immer aufregen muss, aber keine Sorge, das kommt schon wieder. Und mein Mic ging auch nicht, ich habe irgendwie ein Setting gemacht, irgendwie ging was nicht. Ich habe keine Aufnahmen mehr starten können, jetzt läuft Gott sei Dank wieder alles. Ja, ich habe auch wieder ein bisschen gezockt, jetzt in der Season 4, ISO 45, das Video kommt vielleicht ein bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Und ja, das ist das folgende Loadout für die Map Showdown, weil ich habe immer für jede Map ein spezielles Loadout, das ist ganz wichtig in COD. Und wir gehen ganz kurz das Tuning durch. Ammo haben wir natürlich mehr hier, weil wir wollen mehr Damage haben. Underbarrel gehen wir Richtung Recoil und Aiming Stability. Charlie Richtung Recoil, Smoothness und Aiming Stability. Die Optik auf Genauigkeit und Entfernung. Und den Grip, ihr braucht übrigens keine Stock, das reicht vollkommen aus. Auf ADS Speed und Sprint to Fire Speed. Das ist jetzt das fertige Loadout für die Map Showdown. Ihr werdet gleich die Clips sehen, es reicht vollkommen und es ist absolut nice zu spielen. Und das ist jetzt das Loadout für Shipments. Und das habe ich die letzte Zeit gespielt. Es werden auch einige Clips auf TikTok kommen und YouTube Shorts. Übrigens werde ich meine ganzen Socials dann mal auf Twitch posten und sharen. Wer Bock hat, liken, folgen, ihr wisst Bescheid. Wer nicht, auch okay. Ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Wie gesagt, VoiceOver gibt es erst wieder in den nächsten Videos, weil meine Stimme ist einfach noch nicht ganz gut. Aber ja, wir sehen uns, genießt das Gameplay und haut rein. Bis bald. Wir sehen uns, 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 bis bald. I'm reloading CT gun overhead We'll take him We're taking fire We're taking bravo Cruising no charge Stunt for die down The enemy holds two objectives Secure those positions Changing maps Activated We'll put you back Get ready for the launch We're going to peel off the action We're going to be recon Black Copy We're coming We're coming We're coming We're coming We're coming We're coming Ich bin aufgeladen, ich bin aufgeladen. Ich bin aufgeladen. Ich bin aufgeladen. Ich bin aufgeladen. Wir sind aufgeladen. Die Scheduladen sind aufgeladen. Die Zitreine. Sie sind aufgeladen. Ich bin aufgeladen. Das war es. Was ist her. Ich bin aufgeladen. 1 KIA! I'm reloading! Enemies! Change in maps! Energy area updated. Move to the hot point. One minute remaining. UAV is being a fuel. We're ready for camping! Reloading! Handpacks out! With you to the end. Switching maps! Enemies orbit in the area. Enemy securing Bravo. Go into object. Switching maps! Loading! Switching maps! Loading out! Reloading! 9-1-3-1. Flying out now. Hard to be at the end. Subtext is coming! Reloading! We've lost Bravo. Come on! Securing objective Bravo. We're leaving the assault entering the sector. The enemy controls two objectives. Get after them. Loading! Everybody's fired! We're taking Bravo. Pressing re-control over. Need re-gun overhead! We're going to be at the end. Copy. You are a warning for the air. Free gunner's online. I got it! 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 Oh 3 Gunners online Where are you, idiot? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017